Hallo? Das tut mir sehr leid, nur... Ich hab Schwierigkeiten, alles rechtzeitig zu bezahlen. Ich weiß auch nicht. Ich denke, wenn du nicht zahlen kannst... Tja... Dann können wir vielleicht etwas kreativ werden. Diese verdammten Mistkerle! Na los! Fahr los! Fuck! Nimm die Masken runter! Ich darf eure Gesichter nicht sehen. Hier passiert nichts. Oh, nur wenn du Glück hast. Willst du das austesten? Ich hätte da dieses kleine Spiel für uns. Tja, das Auto ist futsch. Wir brauchen sie nicht. Das war nicht Teil der Abmachung. Was tun sie hier? Wir hatten ein paar Meilen von hier eine Panne. Wollten einfach nur wo sitzen für ein paar Stunden. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Jetzt könnt ihr am Telefon sitzen und uns bei den Bullen verpetzen. Das will ich nur verhindern. Auf was für Sachen stehst du nur kleiner? Was ist das für ein Ort? Ist das dein Opi? Scheiße. Wo ist Alex, Mann? Er sollte längst zurück sein. Ich weiß, welchen Preis wir für unsere Sünden zahlen sollen. Und zwar mit Fleisch und Blut. Du bist ein kranker alter Mann. Los, los! Und zwar Rache. Ein wahnsinnig teures Business. Du bist ein kranker alter Mann von der Bühne. Du bist ein kranker Kanzin. Und zwar mit Fleisch und Blut. Lo вам einfach nur die Kanzin gerne. Ich bedau. Und zwar mit FN. Du bist mit Schlagnisch.